Musik Applaus Prima, Franzi! Prima, Franzi! Jawohl, Sascha! Bleib locker! Komm, Philipp! Langer Schritt! Langer Schritt! Und ein bisschen Gas geben! Schön langer Schritt, Philipp! Und etwas mit der Kumpelmann! Applaus Das war die Kumpelmann. Applaus Metallrá inspect Langer Schritt Komm, Philipp! Komm, Philipp! Teige Hände, jetztatz dich weiter! Komm, Philipp! Komm, Philipp! Halbricht, spoonful! Langer Schritt Klänge und ZugAB realistically Das war der Kumpelmann. Das ist die Nummer 39. Das ist Sascha Müller. Das ist sehr gut. Ich will so bleiben. Super. Dieses Jahr. Bereits die 2.000 Meter. Der Sascha Müller knapp 30, 40 Meter Vorsprung vor dem Nenni Löffler. Und dahinter Niklas Hasi. 800 Meter Hessenmeister. Hessenmeister über 3.000 Meter und über Crossplatz 2. Er versucht also heute eine weitere Medaille zuzufügen. Und hier, das sind die Jugendlichen zu 16. Die Mädchen Franziska Bobb aus Gießen. Die Jahresbeste über 3.000 Meter. Die hat mir vorhin erzählt, ihre Beine sind gut. Die will hier unbedingt gewinnen, aber wer will das nicht. 6 Minuten 47, über 2.000 sind die ja schon gelaufen. Aber das ist eine breite Stützengruppe. Herr Franzi, schön, euch hier ruhig bleiben. Nicht da ran, Leute. Na los. Nicht da ran. Nicht da ran, Leute. Komm. Mario, komm. Hälke, komm her. Super, Franzi. Komm, Hälke. Die 21, kurz dahinter, die Lorenz Rauch und die 89 im Schleppbau. Das ist Leon Günther aus Griesheim. Dahinter dann Sascha Müller und die 56. Dann Niklas Hasi, die 21. Das ist der Lorenz Rauch. Ja, Lorenz Rauch geht jetzt. Eingang der letzten Runde, Führung, er versucht sich ein bisschen abzusetzen. Ja, und da wird sich auch das ein oder andere Getränk gegriffen. Die Klasse sind noch nicht weg vorne. Ja, es wird auch langsam warm. Ja, sie gucken schneller. Aber das wird sicherlich eine spannende letzte Runde werden. Aber Franziska Bock, sie setzt ein kleines Ausrufezeichen, versucht sich ein bisschen abzusetzen. Sie greift zum Getränk, aber kurz hinter ihr weiter in Niederhöhung aus Hanau-Rogenbach. Ja, es wird auch ein bisschen abzusetzen. Super gut, super gut! Super gut! Komm, komm, komm! Auf, Franzi! Das ist die schnellste Frau, sie setzt sich gegen die 108 Ernste. Darum ernsthaft, die 47, die zweite Frau, die 47, das ist die Niederödie, die 15. Franziska Bock aus Ritter hat sich die Niederödie. Frau Zwerda, das ist doch nochmal durchgesetzt. So, danke schön. Hier noch weiter. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.